Sehe die Uhr! Und noch weiter zu! Und da machst du ein Todeszeug? Echt? Ja! Nein! Todeszeug, okay! Erwischt hat doch die, die man nicht geht in der Richtung. Ne, nicht so ganz. Ich hab die Manns, ich hab's abgemacht, aber was ist auch im Durchbereich? Der Witz ist ja, wir machen das erstens, weil es cool ist und zweitens, weil es massenhaft auf den Augenblick. Denn man könnte ja so im starken Gegner nur noch einfach aus dem Weg gehen, aber so kommen wir ja auch nicht weiter. Genau. Ich will dich aber jetzt kochen! Kann man voll annehmen? Ich hab's gelesen! Mal erste Haut! Machen wir schnell! ben. Noch eins? Ja, wir haben geschmackt. Und wir sind wieder! Schau mir die Augen weg! Bye, bye! Bauch! Ah, stimmt! Oh, sehr gut, sehr gut! Nee, dann machen wir's auch. Ich bin hier irgendwo! He 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 he! Pertalogy! Und jetzt auch gleich, komm! Bye, bye! Die Brachen veredelt! Lächeln, tausend! Darfst du raus? Nee! Naja, das ist halt fair los! Ja, bestimmt, ne? Ja! Genau, und das meine ich, der hat jetzt schon ein paar Riesengeldbülle gehofft und es wird halt alles verdoppelt. Cool, ne? Cool, ne? Müsst du ja nicht noch mal nachschuppen oder so? Ja, da hab ich mal auf. Der verfolgt aber schnell. Mhm. Aber der sah auch schon ziemlich verfolgt aus. Gut, dann ist das hier eine Sackgasse, ne? Da riecht noch was. Wo? Geld? Nicht? Ne. Lustiger ist, wenn jetzt durch den Kadaver eine andere Drache angelockt werden würde. Aber es war keine Sackgasse, wir haben diesen Schlüssel geholt. Ne, ich meinte, ja, in der Sackgasse. Jetzt geht's ja noch zurück. Hier geht's ja nicht weiter. Ja, genau. Da war die Sackgasse. Ne, nicht genau. Das waren die beiden Sachen, wo man den Schlüssel herholt. Ja, da müssen wir dahinter kommen. Weil's in die Trug spielen. Auf jeden Fall sehr cool. Da müsste er sicherlich da lang, weil da aber das? Genau, okay. War ein cooler. Und unser erster Drache im Fenstergang. Ja, stimmt, ja. Der andere, gegen den er eigentlich gekämpft. Ja, genau. Da braucht das. Da ging's nicht weiter. Also jetzt zurück. Dann drücken. Da wird's. So was zum Entfluchen. Und noch mal drücken. Nichts. Das, was mir hier unten so ein bisschen fehlt. Fehlt? Fehlt. Fehlt. Was fällt? Der farbenfrohe Einstrich. Ja, ja. Ein bisschen. Man hätte ja mal tapezieren können. Man hätte ja mal tapezieren können oder so. So trist und trostlos. Tapezieren. Ja. Du sagst nix. Na, ich mein. Ne? Der Eimer, ich dachte, kennst du hier. Skille. Magia. Ja. Ach, da kommt der Herr, genau, ne? Der der sicher ist. Und hier war das Labyrinth. Äh, das ist der Minotaurus. Ja, der Minotaurus, Mensch. Einer kann. Und da ist dieser andere. Und da ist dieser andere Brücke. Und da ist dieser andere Brücke. Und da ist dieser andere Brücke. Ich springe nur von hier da runter? Nein, nein. Ich glaub, das ist so über die, die gar nicht. Die ist so und dann, die ist so. Und dann, die ist so. Nein, da. Halt auch. Wuhu! Vorsicht. Das ist okay. Kommt wieder hier und wieder. Komm ich jetzt aber rein? Ähm... Hm. Noch lange. Da deine Ton. Ist das wirklich? Ja, da links. Achso, das ist echt du raus. Da an der Ebene. Ist hier raus? Ich meine, der anderen waren wir noch nicht, ne? Nee. Oh, da hat er sich gerne raus. Genau, dann. So, und hier müsste die Brücke sein, wo diese Höllenbunde auf uns gewartet haben. Da waren wir. Ähm, nee. Bist du sicher? Genau, wir suchen die Brücke. Das sind auch keine Feldenbunde auch. Naja, und ne? Und ne? Und ne? Ich schwöne aber gar nicht so schnell. Ja! Was ich ja auch ein bisschen schade finde. Das fällt mir aber wirklich erst jetzt noch, wenn ich so drüber nachdenke. Was mir in dem ganzen Spiel so ein bisschen fehlt, ist äh... Monster-Katalog. Ich meine, man hat zwar über Statistik, wie viele man von jedem getötet hat. Aber so wirklich, äh... Mit Blut. Oder vielleicht eine kurze Info zu jedem noch. Ja. Das wäre eigentlich ganz cool. Die schwarze Teile? Ja. Die brauchen wir nicht. Das ist echt. Und hier ist man mit irgendwas zu flügeln. Wir sehen es. Noch ein Drache? Ja, mal. Das ist aber nicht fest zum Mond. Nee, also theoretisch ist es so gereif. Ohne ein Drache oder... Ach, guck mal. Das ist nur ein Spiel, die Fliege gemacht. Oh, gar nicht. Dann mach's nicht. Oh, nee. Oh, nee. Oh, bitte nicht. Ach, das soll jetzt... Ja, doch. Nervig. Oh, 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 oh. Ja, ja. Wo ist denn der denn jetzt gestorben? Der ist runtergefallen. Oh, ist das eigentlich tot? Hm. Denk ich mal. Das ist wahr. Dann nicht. Ja, dann... In dem Liftstein. Ja. Ja, genau. Die Abkürzung, äh... Also, nein, Abkürzung nicht. Aber wir sind schneller da auf jeden Fall. Durch den anderen Gang. Am Eingang. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist doof noch. Jetzt können wir uns gleich entfluchen lassen. Ebenso. Ja. Ja. Der Händler ist wieder weg von seiner neuen Position. Ja, ja, bestimmt, ja. Und vielleicht neue Nebenquests. Weltsch. Ja, wobei Nebenquests sind ja wirklich nebensächlich. Also wirklich nebensächlich, ne? Man erfährt ja auch wirklich nicht so groß. Sorry, Maisy. Das ist dann wirklich... Das ist dann alles so... Irgend spürgerisch durch. Ach so. Was ist die denn drin? Da hinter dem Schiff? Hinter dem... Hinter dem... Auftragsschiff. War er hier drin? Meinst du nicht? Aber sie haben wahrscheinlich einfach noch nicht gesehen. Ja, aber er fällt ein Glück, dass die irgendwas von dir will, ne? Ja. Startzauber. Welcher Zauber? Okay. Das heißt, dass ich alles bin. Was? Was? Ich brauche dich. Wenn es ein Problem ist. Mhm. Da sind Ärzte, ne? Da sind alle wegkloppen. Ja, genau. Ich nehme mir nicht an, dass das besser ist als unser Haus. Das legen Lager ist jetzt ein. Obwohl wir es verkaufen könnten, aber das auch nicht. Ja. Ja, wir sammeln ja, da sind so viel. Genau. Ich habe den ganzen Herzen. An die Mundstelle nicht. Ja, das passt schon. Ja, das passt schon. Ja. Ein Wandläufer, das ist ja niedlich. Und er hat auch noch ein Amulett. Der Steiger und Magie, das kann man gar nicht geben. Okay, weil wenn die stirbt, ist es weg. Das ist richtig. Mehr Hammer hier bei dem nicht, ne? Ne. Ne, gibt es da noch? Sehr gut. Gibt es nichts? Ähm, gut. Oh, stopp, man. An die Tafel. Wir haben noch da was bekommen. Griffkristall oder so. Da, die Tafel, wenn wir die angelabert haben. Die Tafel da vorne. Du meinst die da, ne? Genau, war das nicht so? Wir werden immer ein Stück weit getragen sind, dass wir... Ja. Jetzt wird es so nicht angekommen. Machen wir dann. Das dauert auch jetzt. Oh, ich hätte keine zwei Sekunden. Wie der Witz. Was hat die eben aufgenommen? Ja, was hat aufgenommen? Na, irgendjemand hat einen Stein. Und... Ach, das ist ja was. Das war das auch los. Das wäre cool. Ja.